Hi, hi, wir sind bald bei euch mit Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Das ist ein Abend, der es wirklich in sich hat. Das ist so ein Abend wie eine Reise vielleicht mit Geschichten und mit Geschichten hinter den Geschichten. Also manchmal gucken Leute Judy auch an und sagen so, ah, Judy ist schwarz, du bist weiß. Und dann sagen wir, nein, 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 ist gar nicht so. Judy ist nicht schwarz, ich bin auch nicht weiß. Also wenn das so wäre, dann wären unsere Kinder grau. Das Leben ist komplexer und komplizierter und hoffnungsvoller, farbenfroher, als man manchmal zu meinen wagt, wundervoller. Und darum geht das an diesem Abend, Heimat und Wert des Lebens, um die schweren Geschichten, aber auch die schönen Geschichten, die uns zu dem gemacht haben, wie wir sind. Ja, Patrick erzählt diese Geschichten und die gehen tatsächlich unter die Haut. Und treten in einen Dialog mit Judy Songs, die die Chance haben, Wegbegleiterinnen, Kraftspender zu werden, vielleicht auch für deine Reise. Ja, okay, also Ball bei dir, bei euch und ich hoffe auf dich. Es wäre so wunderbar, dich da zu sehen. Bis in Berlin. Ja, bis bald.